Zahlt Felten die höchsten Löhne? Nein, aber Felten zahlt fair und mehr als 90% aller Arbeitgeber in der Pflege. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Geld ist doch wirklich nicht alles, oder? Felten versteht sich als Arbeitgeber, der sich eben nicht nur über das Finanzielle definiert, sondern der dir auch die Bauchschmerzen nimmt, die du eventuell im Augenblick in der Pflege haben könntest. Natürlich könnte Felten mit höheren Löhnen viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber Tatsache ist auch, dass gerade in der Pflege die großen Gehaltsversprechen immer so Dinge mit sich ziehen, wie zum Beispiel permanente Verfügbarkeit, dauerhafter Stress, Überstunden. Du weißt, was ich meine. Und leere Versprechungen haben wir Pflegekräfte ja wohl jetzt oft genug bekommen. Felten geht gerade deswegen total transparent mit den Löhnen um. Dein Bewerbermanager rechnet dir auf den Cent genau vor, was du in deinem Fall und unter welchen Bedingungen verdienst und bespricht auch mit dir, was dabei von dir erwartet wird. Und was ihr dann ausmacht, das bekommst du auch ohne Wenn und Aber. Und die Konditionen sind nicht nur dir gegenüber, sondern auch den Einrichtungen gegenüber fair. Die üblichen Zuschläge wie Wochenenddienste, Feiertage oder Nachtdienste bekommt ihr hier natürlich auch. Und vergiss nicht, bei Felten bist du festangestellt. Das heißt, auch wenn du mal keinen Einsatz hast oder aber krank bist, bekommst du trotzdem dein sicheres Gehalt. Für Felten arbeiten mittlerweile über 2000 Pflegekräfte und das sollte ja eigentlich auch schon was heißen, oder? Natürlich kann der ein oder andere hier und da ein, zwei Wochen mehr verdienen. Aber wir haben ja alle ihre Gründe, warum sie immer noch hier sind. Oder aber nach kurzer Zeit auch wieder zurückkommen. Alle meine Kollegen von Felten können diese Anzeige hier sehen. Und die würden der Firma den Hals umdrehen, wenn hier irgendwelche leeren Versprechungen gemacht werden würden. Davon abgesehen, würde ich weder meinen Namen, Julian, noch mein Gesicht dafür hergeben, wenn ich nicht zu 100% hinter dieser Firma stehen würde. Welche Vorteile die Zeitarbeit generell und Felten im Speziellen bietet und was hinter dem ganzen Blabla der Werbeanzeigen steckt, das erfährst du unter felten.de slash handaufsherz. Und das ist die Anzeige.